Hi Leute, lange Geschichte kurz erzählt, es gab Probleme beim Upload der beiden Metal Gear Solid Folgen 7 und 8. Die sind seit gestern bzw. heute verfügbar, werden euch aber wahrscheinlich nicht unter den verfügbaren Videos angezeigt. Da ist eben ein Fehler passiert, das ist ziemlich doof, aber weil das ziemlich viel Aufwand wäre, das nochmal hinzubiegen und zu reparieren und neu zu veröffentlichen, mache ich jetzt einfach dieses Video und unter diesem Video findet ihr die Links zu den beiden Videos, denn die sind öffentlich, nur eben nicht in eurer Timeline aufgetaucht wegen eines Fehlers. Aber genau, so findet ihr die Videos und könnt sie gucken und ab morgen dürften die Videos wieder ganz normal auch für euch sichtbar online gehen. Viel Spaß bei den Folgen. Ciao.